hallo und herzlich willkommen bei der modi werden heute eine neue runde mit dem mutieren mit mir das bin ich mit potos gegen terana auf traumfänger le terana der feind der der große endgegner meine m ist es ja eigentlich muss man muss man nur dass herr es mit ordentlich verteidigen dann geht es eigentlich irgendwie komme ich nicht so klar eigentlich sind für schmerz hier sind für schüttungen ein bisschen egal bisschen nervig ist halt dass hier so durchgeht sind die außen umlatschen muss also kann man muss außen umlatschen wenn man jetzt mehr truppen durch bewegen möchte ist es war der kürzeste weg aber wie gesagt er kommt nicht so viel durch das finde ich blöd in der map also langsam kriege ich wieder feeling für starcraft ohne scheiß ok standard hat er gas diesen kommt diesmal kein schieß oder irgendwelche vorgeladen mist das ist viel auch gleich darauf da kommt das gas Da hätte ich fast meinen Kybernedi-Kent verpennt. So, wir bauen auf jeden Fall noch einen Stalker und danach geht's extra. Theoretisch müsste es eigentlich passen. Wir gehen auf jeden Fall runter, wir können auf den Feuer echseln. Gehen wieder zurück. Kommt wahrscheinlich gleich der... Der Reaper. Hier, Kronobus den Stalker. Neben Bob geht Upgrade. Und ja, produzieren weiter Sonden. Natürlich durch, dingetisch wie immer. Bauen... Ah, hat auf jeden Fall eine Exe gebaut. Natürlich den Doof hat er den genommen, der angehittet ist. Und der ist jetzt weg. Kommst du wieder hoch? Wir wollen ja safe bleiben. Ja, haha. Ja, haha. Ein bisschen die Neid. So, wir bauen auf jeden Fall schnell eine Robo. Und der setzt für uns unten einfach mal... Nein! Das ist der Reaper. Ja, jetzt hat er sie. Jetzt hat er sie. Besonders. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich runter. Vier Stück. Vier Stück. Drei Stück noch. Hier in die Schatten. Wir sind eins. So, bauen auf jeden Fall einen Sentry. Ist ganz wichtig. Ich bin die Stimme. Ich bin das Herz. Ich bin das Herz. So, haben gleich eine Robo. Und zuerst den Unsterblichen. Und... Hier, Trader Council. Und produzieren noch ein... Okay. Wir haben es. Wir haben es leider nicht anders. Also, wenn ich... Wenn ich wüsste, was er macht. Gerade. Machen wir gleich. vorhin, ich kriege einen Up-Server. Dann würde ich eigentlich schon vorlatschen. Der hat, glaub ich, nur den Reaper. Ich hab nicht vergessen, durchgängig, ähm, Sonnen zu bauen. Und wo den Reaper haben wir natürlich nicht gekriegt. Nehmen auf jeden Fall Bersen-Upgrade. Und noch mehr Stalker. Nehmen wir das Doppelgas schon mal. Krono-Wusten-Upgrades. Tja. Vorhin haben wir noch einen... Unsterblichen. Und müssen langsam mal ein bisschen was in der Ecoline setzen. Ich weiß ja nie, ob hier irgendein Schnulli-Pups kommt. Und natürlich Pelonen zu wenig. Äh. Ich bin hier. Hier ist zusätzliche Pelonen gebaut. Ah, Liberator. Siehste. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ich bin hier. Und ich bin hier. So, Liberator ist auf dem Weg. So, müssen wir das noch zerturieren. Wir müssen langsam mal ne dritte nehmen. Und wir können die two ways rollen. er wird nicht schießen oder wir gehen einfach los weil er hat ja nichts außer wie du meins das wort war das teuer ich komm nur mit wie du meins das das Gorgeous, das ist vorbei. Oh, das war doof. Oh, das war. Oh, das war doof. 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 Oh, das war doof.